Heute öffnet sich das 14. Türchen und dahinter steht der Engel des Lebens, der heute eine neue Welle in die Welt und auch durch unseren Körper strömen lässt. Eine Welle mit der Kraft des Lebens. Diese Welle dauert insgesamt 13 Tage an und sie begleitet uns somit durch die Zeit bis Heiligabend. Und schon morgen werden die 10 kraftvollen Portaltage an einem Stück eingeleitet, die auf allen Ebenen lebensspendende Aktivierungen in uns durchführen, die uns dabei unterstützen, den wahrhaftigen und lebendigen Weg unserer eigenen Bestimmung zu gehen. Das Besondere an dieser Welle ist, dass kosmische Programme des Lebens gestartet werden. Und diese Programme können für viele Menschen sehr herausfordernd sein, da wir Grundlegendes in unserem Leben überdenken oder gar verändern müssen bzw. dürfen. denn das Gegenteil vom Leben ist der Tod. Und leider haben wir uns im Leben in vielen Bereichen für den Tod entschieden. Beim Programmstart des Lebens wirken allerdings die Energien dahingehend, dass Tötungen nicht mehr legitimiert werden, sei es durch Kriege oder Schlachtereien oder sonst etwas. Diese 10 Tage geben uns somit die Chance, unser Leben noch einmal grundlegend zu verändern oder zu überdenken und uns wirklich für das Leben zu entscheiden, nicht nur im Denken und Sprechen, sondern vor allem auch im Handeln. Öffne Dich somit heute für die Lebenskraft, die jetzt mit aller Macht in diese Welt kommt. Und die Affirmation des Tages lautet Ich rufe den Engel des Lebens zu mir, auf dass er mich bei all meinen Vorhaben begleitet. Ich verbinde mich mit dem Engel des Lebens, sodass ich meine Lebenskraft verdoppele. Ich rufe den Engel des Lebens und Fool. Ich rufe den Engel der Gedächt. Ich rufe den Engel des Lebens und pregunta. Ich rufe den Engel des Lebens. Ich rufe den Engel des Lebens,